Ich stehe neben ihm. Nein, 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 nein. Digam, mach doch einmal E-Kritiker. Lama. Oh mein Gott. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Wir werden jetzt auf jeden Fall eine 100-Euro-Wette machen. Das heißt, ganz nach dem Monte-Prinzip, wir haben längst überlebt, bekommt auch dann die 100-Euro. Man darf auf jeden Fall keine Waffen benutzen, man darf aber hier Gegenstände benutzen. Mit dabei ist natürlich auch der A-Tix. Moin, moin. Boah, Digga, ich nehme mal einen anderen Skin, Digga. Digga, ich will jetzt nicht so direkt so gefunden werden. Bush-Skin. Nein. Okay, komm. Nein, nein, nein. Ich lasse mein Skin, ich lasse mein Skin. Ich bin korrekt. Digga, ich weiß schon, wo ich lande, Digga. Hm, so. Ey, ich habe hier immer noch ein paar Orte nicht freigeschaltet. Digga, das ist das erste Mal, dass ich sowas auf der neuen Map mache. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Ja, Digga, ich glaube, ich weiß, wo ich hingehe. Weil der Vorteil ist ja, dass jetzt überall Schnee liegt, ne? Stimmt. Da oben, Digga? Da war am One-Zig, glaube ich, ne? Ja, ja, ich habe die Folge nicht angeschaut. Echt jetzt? Ich spring einfach mal ab. Ich spring einfach mal ab. Und du überlegst mir dann nochmal. Ja, ich überleg's mir auch erstmal so. Merkst du, hier geht keiner mit? Ja, ich bin in der Nähe von Sweaty Sands. Das ist komplett, ey, gar nicht überall gegner. Ey, wie heißen das sonst? Ja, das heißt sogar so. Sweaty Sands. Auch schwitzig, ne? Das Ding ist, ich mache 200 IQ. Ich gehe noch nicht ganz runter, falls da jetzt jemand mitkommt, dass der noch woanders hingehen kann. Bei mir sind so die Disco-Vibes erstmal ohne Tanzen hier, ne? Ja, ich bin immer noch am Fliegen. Boah, perfekt. Ich habe das perfekte Item. Hier stehen erstmal meine Autos, Digga. So eine fette G-Klasse. Und hier so eine C-Klasse hier. So auf Reich oder wie. Ja, ja, klar. Darf man Traps benutzen? Weil die machen ja nicht direkt Schaden. Ja, aber du könntest damit Gegner tö- Ja, okay, lass Traps benutzen, okay? Okay. Ich kriege eine goldene Sklau aus der ersten Kiste. Haha, geil. Digga, man macht einmal eine Challenge. Traps ist so eine Grauzone, wie so ein Graubereich. Ja, ja. Ich habe so einen geilen Loot, hier ist noch eine Blow-Attack. Ich habe auch anders geilen Loot, ich habe so eine goldene Pump schon gefunden. Achso. Ja, merkst du es ja. Oh, zweites Medi-Kit. Medi-Kits sind nix mehr, Digga. Die Fische, die braucht man. Vielleicht ist hier auch ein Fisch, ne? Dann doch nicht. Ich kriege noch eine goldene Sklau aus der ersten Kiste. Haha, gib mal ab, Digga. Ich habe gerade so Hoffnung, dass man so eine Angel so upgraden kann zu so einem Grappler. Digga, hier sind Palmen, aber mit Schnee, Digga. Ich habe einen Lami. Nee, nee. Sag ich das, Digga. Och, nee. Wäre ich hier nicht vorbeigefahren, Digga, oben in der Nord? Das sind immer die Besten. Ja, in der Nord ist normales Kuchen. Digga, da steht halt einer einfach AFK im Sumpf, ne? Den darfst du aber nicht töten, Digga. Na, scheiße. Nee, der steht da einfach AFK. Sein Maid steht da auch AFK, ne? Ja, egal. Oh Gott, Gegner vor mir. Ja, ich habe jetzt alles easy, weil ich in der Zone bin, aber es dauert halt auch, bis ich dann wirklich in der Zone bin. Das waren aber vier Fische hier drin. So ein Ding ist das. Wow. Das ist ein Lootjob. Ich weiß nicht, ob ich hingehen soll. Das wäre schon risky, ne? Wäre schon risky, aber da könnte halt auch geiler Stuff drin sein. Oh, da feiten welche direkt vor mir. Oh Gott, da sind Gegner. Warum markierst du das, Digga? Ja, dass ich mir das so merken kann. Oh, ich habe eine Heelkennen. Nein. Zwei Stück liegen hier sogar. Nee, oder? Ich habe vier Flossen, eine Heelkennen, eine Big Shit und drei Medi-Heel. Ja, Digga, übertreib halt, ne? Wenn ich das nicht gewinne, Digga, weil ich irgendwie von hinten gleich weggelästert werde. Ja, merkst du selber, ne? Das wird dir exakt so passen. Ich habe einen Lama. Ich mache einen Ste-Mann an, ich habe irgendwie Angst. Eine Heelkennen. Nein. Digga, was sind die Chancen, dass wir beide einen Lama bekommen? Und beide nicht gut kennen. Neben nur noch 16 Leute, Digga. Ich muss gleich Movo, wo kann man hingehen, Digga? Ich muss halt durchs Wasser. Oh, schalter, Digga. Was ist da für ein Fight? Du bist auf der anderen Seite, Digga. Ich behält überall Rocks-Launcher-Schüsse und sowas, ne? Ja, Digga, da ist so ein Fight bei mir. Nein, Gegner. Nein. Nein, ja, ich bin tot. Oh mein Gott. Ja, ja. Ich bin tot. Digga, die machen nicht mal Ehre. Oh mein Gott. Ich muss alle Mets verbauen. Ja, ja, Digga. Geil. Ich bin noch nicht gefinisht. Ich bin noch nicht gefinisht. Hängst du selber schon mal hier oben? Siehst du den Schneemann da oben da so springen? Digga, ich hatte keine Waffe, Jungs. Nein, machen sie jetzt nicht, oder? Was denn? Digga, das ist ein scheiß Busch und ein Lama, Jerome. Digga, die machen safe auch gerade irgendeine Challenge, Digga. Ja, okay, 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 komm, ich gebe dir die Chance, wie du das wieder reinholen kannst, okay? Ja, wie wieder reinholen, Digga? Ja, Digga, wir machen einfach eine zweite Runde, Digga. Und auf Risky. Entweder musst du nochmal 100 Euro, oder du kannst die 100 Euro... Oh, super. Ja, merkst du selber, ne? Okay, okay. Okay. Keiner gesehen, Digga. Keiner hat es gesehen. Ja, okay. Nächste Runde. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Ganz schnell. Digga, du hättest früher da sein sollen. Ich kam hier nicht mal raus. Schau mal, ich komm hier nicht raus. Jetzt ist das fest. Feuerwerk. Wow. Wow. Ja, ich hab's gesagt, dass das gleiche ist. Egal, ich land jetzt woanders. Gibt wieder Boogie Bombs? Ja, Silvestermäßig, denke ich mal. Boogie Bombs! Sieht es nie anders so bei, Digga. No. Ich hab sie. Ich will sie auch jetzt. Digga, ich hab so scheiß Loot, ne? Ich hab noch eine Geschenkbox. Scheiß, Digga. Goldene Pampe. Haha. Ich hab richtig schlechten Loot. Richtig, richtig schlecht. Ich hab jetzt gar nicht Mess gefarmt, Digga. Hier noch ein Lama, so Digga. Was ist das? Ich hab so noch Wünsche. So Epic Games Mitarbeiter, so anschreiben, so. Ich kenn den ja von drei zu den Epic Games Mitarbeiter. Oh! Was ist los? Ich hasse dich, Digga. Merkste selber, ne? Warum ist da zweimal ein Lama, Digga? Was ist das? Wie nennt man das? Der Ort ist bei mir nicht freigeschaltet. Aua. Ah, ich hab so fest auf den Tisch geschlagen. Ich bin so ein Dulli. Ich weiß immer nur nicht, was ich machen soll. Entweder versuch ich sowas, oder ich versuch mit den Gegnern zu teamen, Digga. Ach so! Ne, ne, das mach ich nicht. Sonst wär ich noch gebannt, Digga. Wenn ich das mach. Boah, ich hab vier Flossen. Epische Flosse, Digga. Ich hab nicht eine Flosse, Digga, aber ich muss... Ich lass die Schneemänner da, Digga. Ich muss die andere mitnehmen. Gegner schießen auf mich! Nein! Warum triffst du nicht, Digga? Musst los. Digga, die schießen immer... Ja, oh, die machen 30er-Hits. Die machen auch 30er-Hits. Ja, was... Digga, die pushen mich! Ich werde von Klon... Ja, Digga, Hilfe! Lama! Nein, er findet zwei Lamas. Warte, ich hab letzte Runde auch schon zwei Lamas. Digga, aber ich werde gepusht, ne? Ja, ich auch. Digga, ich dachte, die schießen auf dich. Warum töten die dich nicht? Ich bin weggelaufen, Digga, wie so ein kleiner Go. Warum kommen die denn nicht hinterher, Digga? Meine sind so auf mich geswitzt. Ja, Digga, die haben auch nur so mit AR auf mich geschossen. Oh mein Gott! Oh! Was ist? Ich werde so close fast gesniped. Ah, schade. Was für schade! Oh, Digga, ich habe OP-Taktik. Ich stelle mich halt hier so bei Schneemännern. Digga, das wird so close. Es wird doch close, Digga. Fünf... Vier Gegner. Wo ich gerade eben war, in so einem Schneemann, ist jetzt einfach jemand anders in den Schneemann reingegangen und hat sich da jetzt mit dem Schneemann so hingestellt. Das ist zu geil, Digga. Wir machen auch die Challenge, Digga. Oh, da vorne sind Gegner, Digga. Nein! Wird sie auf mich geschossen? Ja, ich werde gepusht. Warum werde ich gepusht? Woher haben die mich gesehen? Die gehen wieder! Die gehen wieder! Nein! Ich bin jetzt hergekommen! Oh, ich stehe neben dem! Nein! Nein, 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 nein! Siehst du den Schneemann? Siehst du mich? Oh mein Gott! Nein, 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 nein. Tut es nicht, tut es nicht, bitte nicht. Nein, ich stehe vor dem Digga. Nein! Die schießen auf mich. Die schießen, Digga, der steht neben mir. Der kennt mich gleich. Ja, ich muss in der Zone bleiben. Ich bleib in der Zone. Nein, 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 nein. Mach nicht diesen. Oh mein Gott! Ich habe mit 5 HP überlebt, ne? Ich stehe vor denen. Fighten. Ich kriege es mit. Ich brauche einen Medikit oder so. Die fighten vor meiner Fresse, ne? Ich sehe es. Bitte ist es nicht zu laut, Digga. Es ist anders laut, ich habe es gehört, ne? Digga, ich laufe hier lang. Digga, ich sehe es. Auf der Kasse, Digga. Digga, warte, wir könnten das gewinnen, wenn wir die runterbauen vom Ding hier. Ja, aber die sind gerade alle unten. Ich muss einen Turtlen da. Ich muss mir den Loo-Job holen, Digga. Ich brauche hier. Ich habe noch genug hier, ich habe hier Fische. Ich habe nicht einen Fisch, Digga. Ich muss für den Waisel. Soll ich den Medikit drüber geben, oder wie? Einer ist tot, ne? Digga, ich bin gerade anders angespannt, ne? Oh mein Gott. Schau hinter dich. Was wäre, wenn ich jetzt deinen Dingskampf mache? Ich wäre ein bisschen assi. Ich meine, für die 100 Euro, Digga. Ich verstehe da im Fusch. Bitte ist der in der Zone. Sieht man mich? Digga, die sind vor mir, Mann. Nein, die haben mich gesehen, oder? Scheiß. Digga, mach doch einmal Ere, Digga. Du chillst in so einem Scheiß-Schneemann, Digga, und natürlich ist er der in der Zone, Digga. Da merke ich, Digga. Sag doch, die wollen nicht falten. Hast du dann selber gemerkt, ne? Kannst ja bei 60 immer schon anfangen beim Trinken. Das merkst du selber, Digga. Merke ich selber, Digga. Ja, Kuss geht raus, ne? Scheiße, Digga. Ja, merkst du selber jetzt, ne? Digga, ich bin über die halbe Map gegangen, ohne dass sie mich sehen, und dann haben die einfach mal so auf Prediction dahin geschossen, ne? Ich muss dir 100 Euro geben. Ja, merkst du selber. Das war's jetzt auf jeden Fall auch mit dem Video. Wenn's auf jeden Fall gefallen hat und ihr mehr von solchen Formaten wie Wetten oder sowas auf meinem Channel sehen wollt, schreibt's auf jeden Fall unten in die Kommentare und lasst ein Abo da. Und checkt auf jeden Fall auch den ersten Link in der Beschreibung aus. Da geht's auf jeden Fall zu Bens Kanal bei ihm mit Roto 7000 Abos. Und ja, letzte Worte, Ben. Wiederschauen und reingehauen. Wiederschauen und reingehauen.